So, meine Damen und Herren, Assalamu alaikum, Khoti, Assalamu alaikum, Sahmar Rahim, wie sagt man auf Deutsch, auch Dynamo von Allah. Ich habe heute bestellt einen Döner mit Leber, hier, okay, und danach ein Cocktail mit, wie ist das noch, mit Erdbeer und Mano und Avogado, aber wenn ich etwas kurz zeige, das ist hier Erdbeer, ja, und was noch auch, es gibt es auch, Ich gucke mal eben, was gibt es noch, Banane auch, und diese auch Nuss, Avogado auch, und Nuss, das ist auch diese Nuss auch, das heißt auf Marokkanisch steht Kaukau, sagt man auf Kaukau, auf Marokkanisch, ja, und dann, ich brauche auch ein bisschen Salz bitte auch, hier, danke, Broder, hier, ihr sagt, hier,iew Skak, shock, 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 schemes, machen wir weiter auf, hier, hier, Bemelach das Leber auf, hier, fellowship, fellowship, peppers, Whook, okay, ich kann jetzt das erste Mal jetzt probieren, Hm, hm, hm,books, Das schmeckt gut. Ich glaube, das ist mit Jode. Ja. Wenn ich die Woche auch geserviert habe. Danke für die Masch, Bruder. Hier? Bitte schön. Ja, okay. Halt. Und das Momentan jetzt in die End. Und I wish you good luck in your occupation. Und ich sage mal auch auf Deutsch. Ich bin sehr gut. Und ich bin sehr gut. Wenn jemand so viel Nacht durchsachen kann, muss man ein Ziel haben. Ich muss nicht einfach noch spielen, oder schlafen, oder woanders denken. Und was noch? Das ist für mich. Ich bin sehr froh. 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 Ich bin sehr froh.